So, jetzt wird es nochmal festlich, denn die Ausstellung ist mal offen, mal zu, so wie es in der Politik leider zu dieser Zeit nicht anders möglich ist, aber Sie erfahren genaueres immer vom Seifen aus. Wir machen auf alle Fälle bis Mitte oder Ende Mai die Möglichkeit, dass Sie diese Bilder hier direkt sehen und ganz zart berühren dürfen, denn meine Bilder sind alle gespacht und auch dick gearbeitet. Das schadet den Bildern nichts. Dankeschön.